Herzlich Willkommen zu unserem Pelzer Stammtisch. Servus. Schaut, dass ihr alle da seid. Wir sind mal wieder seit Wochen alle gleichzeitig da. Und ja, ich starte mal. Ich kann das Thema nicht genau definieren, aber es geht um das Jahr 2024. 2024. Und zwar, was haben wir astrologisch gesehen, alles für Prophezeiungen auch gehabt? Und wie empfinden wir das Jahr bis jetzt für uns? Also ich fange mal einfach so an. Gestern war Herbst Tag und Nacht gleiche. Das heißt, ich habe hier mal Allgäuer Heilkräuterkerze. Das heißt, gestern war quasi Tag und Nacht auf der ganzen Welt astrologisch gesehen gleich lang. Das haben wir zweimal im Jahr. Also einmal im März, wenn quasi der Sommer anfängt und einmal, wenn der Herbst anfängt. Quasi so. Also im März, wenn der Frühling anfängt und im September, wenn der Herbst anfängt. Auf jeden Fall aus dem Keltische ist es das Marborfest. Also in Irland sind die so ein bisschen mit dem Keltische und so feiern die das zum Teil. Und zwar ist es das Erntedankfest. Im Sommer, also im Frühling ist es so, man begrüßt, dass die Natur erwacht. Man macht diese Rituale, also so Frühlingsfeuer, Winterverbrennung quasi, dass die Ernte für das Jahr gut wird. Dass man im Sommer viel ernten kann, nicht viele Naturkatastrophen sind. Und im Herbst bedankt man sich quasi für die vergangene Ernte. Und tut halt alles so Ei mache an Gemüse und Obst, dass man es halt winterfest macht. Und früher hat man eigentlich ab jetzt dann nichts mehr geerntet, dass quasi die Natur im Winter auch noch was zu essen hat. Also das ist quasi so dieses, ne? So, ansonsten, astrologisch gesehen, ich kenne mich mit Astronomie nicht so gut aus, aber ich folge Innere durch die Yvonne. Die heißt Silke Schäfer und die hat gesagt, also diese zweieinhalb Monate jetzt, also September, Oktober, November werden nochmal richtig krass intensiv, weil wir alles Vergangene, mit dem wir noch zu tun haben, nochmal auflebt. Ich nenne zweieinhalb Monate jetzt. Wenn wir das geschafft haben, dann dürfte es weitestgehend passiert sein. Also ich kann hier mal so von mir berichten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja vom Chinesischen her gesehen das Jahr des Feuertrachen. Ich glaube, wir haben auch noch im Podcast schon drüber gesprochen. Und es ist ein sehr impulsives Jahr, weil der Drache an sich ist ja das stärkste Sternzeichen im Chinesischen, aber mit diesem Feuer in Verbindung ist es halt so, dass man sagt, es ist extrem impulsiv und jetzt zum Jahresende hin ordnet sich alles so, wie es sein soll. Also dieses Jahr war so dieses Jahr, was nicht sein soll, geht weg und was bleibe soll oder was neu passieren soll, kommt dazu, weil sich fürs nächste Jahr alles richtet, so wie es sein soll. Also ich persönlich hatte das Gefühl, dass es ein total turbulentes, krasses Jahr war. Also für mich persönlich. So richtiges Gefühlsauf und Ab. Also so fand ich es jetzt. Mir ging es auch nicht immer gut. Also ich erinnere mich, das erste Mal dieses Jahr, dass ich zweimal so krank war, dass ich wirklich flachgelegen habe. Und ich bin eigentlich nie krank, ne? Also dass ich jetzt erkältet bin oder sonst irgendwas. Also ich fand es schon sehr, sehr intensiv. Ich meine gut, man muss bei mir sagen, ich mache halt viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, habe jetzt gerade meinen Reiki Meister auch gemacht. Aber nichtsdestotrotz in Verbindung mit diesem Jahr, muss ich sagen, ich bin mal wieder froh, wenn es Joa rum ist. Katastrophe. Ehrlich, also ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, also alle sagen, wenn das jetzt vorbei ist, dann haben wir es so auf die Art geschafft. Andere sagen, und zwar gibt es die Schumann-Frequenz auf der Erde. Und also, wie soll man das jetzt erklären? Also die Erde schwingt auf eine Energie. Und es gibt halt diese Schumanns-Frequenz. Und diese Frequenz ist gerade dabei, sich zu verändern. Und wir schwingen halt mit dieser Schumanns-Frequenz auf einer Frequenz. Aber dadurch, dass die sich so rapide verändert, müssen wir uns mitverändern. Schon, wie soll ich sagen, das ist halt auch für den Körper schwierig, für die Psyche, für alles ziemlich schwierig. Und wir begeben, also viele sagen, wir begeben jetzt jetzt in eine neue Zeit einfach. Und das macht es halt schwierig. Aber wie gesagt, ich bin doch jetzt kein Fachmensch und bin jetzt hier auch kein mega spiritueller, astrologischer Typ. Aber das ist so das, was ich so links und rechts gehört habe. Aber ihr könnt ja nur sagen, wie für euch gefühlt das Jahr war. Wer will? Uschel? Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja komisch. Was ist denn komisch? Aber irgendwie hatten wir jetzt zweimal im Urlaub Pech mit dem Wetter. Sind auch zweimal früher abgereist. Irgendwie hat uns das Deutschlandwetter nicht so gebrochen. Oder sind sie im falschen Zeitpunkt gefahren. Und ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, auch damit irgendwie, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Irgendwie rauscht es ja auch immer einem so vorbei irgendwie. Und man macht dies und das. Und ich denke, man sollte öfters mal auf seinen Körper hören oder auf sein Gefühl, sein Bauchgefühl und alles drumherum. Zeige wahrnehmen, die einem gegeben werden. Immer so ein bisschen spielteorologisch oder spielteoralität. affin ist oder das aufzieht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Die macht super gut. Ich habe gerade Katerton heute. Macht. Ja, darauf sollte man, glaube ich, einfach mal hören oder darauf achten. Immer so ein bisschen. Oder öfters mal in den Himmel gucken, wie schön der Himmel ist. So Kleinigkeiten irgendwie. Weil mir ist zum Beispiel heute Morgen aufgefallen, damit zum Beispiel die Bäume schon gelbe Blätter kriegen. Das ist mir noch nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das hat mir heute Morgen voll intensiv aufgefallen. Ich so, komm, Mutter, Asch hat schon gelbe Blätter. Ist noch gar nicht so weit. In der Stadt sind da nicht so viele Bäume. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber was du sagst, das stimmt auch so wettermäßig. Also umweltmäßig war es auch intensiv. Das stimmt. Wo du jetzt sagst, fällt mir das auch auf. Also so viel so Hochwasser. Es ist ja nicht das erste Hochwasser, wir dieses Jahr haben. Also so irgendwie auch ein bisschen seltsam. Echt? War bei eurem ersten Urlaub auch so schlechtes Wetter? Ja, der Samstall jetzt soll er nur regnen. Krass. Ja. Also uns wird dieses Jahr der Regen nach, keine Ahnung, geschüttet wie aus Kübeln. Jasmin? Ja gut, also Maijahr, Achterbahnfahrt. Ja. Ja, aber vielleicht ist es echt wegen diesen Frequenzen. Vielleicht bin ich ja so ein ganz sensibler Mensch. Ich würde sogar schon sagen, ich gehöre schon zur Kategorie hochsensibel. Also wenn ihr irgendwo ein Flo huscht, höre ich das so gefühlt. Also so stresstechnisch. Oder wenn einer einen Scherz sieht oder so. Wartet mal ganz kurz, weil ich muss mit dem anderen das Ding auch machen. Ja. Der hat nur so ein Spielzeug und der Angelo ist ja irgendwie mit sich selber beschäftigt. Der guckt ja hier wieder nicht. Aber gut. Und ja, keine Ahnung, so halt extrem durchwachse. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin gar nicht mehr Herr meiner selbst. Aber wenn man das jetzt so, aber das war schon gut. Also in letzter Zeit wurde es noch extremer, was man vielleicht auch dann auf Stress oder so noch schieben kann. Alles gut. Aber ich finde, es war schon am Anfang vom Jahr, ging es schon teilweise so los. Ja. So bekloppt. Das stimmt. Vielleicht ist auch das, warum ich mich so, ja, keine Ahnung, so. Ich kann es auch nicht beschreiben, wie die Urschel sahen, so ein schwieriges Gefühl. Aber ich bin auch so innerlich so aufgewühlt und so. Ich kann mich ja gar nicht so, im Vergleich zu sonst oder so, konnte ich mich auch als Mutzhammerreiser. Da habe ich gedacht, jo, leckst du am Arsch. Ich weiß noch zum Beispiel, sie wurde vor, habe ich auf der Arbeit so gehockt. Leckt mich alle am Arsch. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Leckt mich am Arsch. Ich schwöre es so, total, also klar habe ich mich so, ne, auch aufgeregt oder so. Aber dieses Jahr, total, ich bin so total unentspannt. Aber so, ja, also so, ich weiß halt auch nicht, auch so aufgewühlt und, ja, insgesamt, ja, alles, was so die ganze Zeit gut gelaufen ist oder so, läuft halt dieses Jahr ein bisschen schlechter. Oder anders halt. Und diese, ja, ich bin nur so ein bisschen schelten. Veränderungen bis zu einem gewissen Grad ist für mich immer ganz okay. Aber irgendwie, wenn sich dann alles um mich drumherum so stetig verändert und so, das macht mich voll wahnsinnig irgendwie, das mag ich nicht. Weil ich brauche immer so eine gewisse Grundkonstant irgendwie. So, ich weiß, okay, 9.30 Uhr, spätestens bin ich auf der Erbe zum Beispiel. Wichtig ist es so, du weißt mal, okay, die Schalima kommt zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr. Wichtig ist es so, okay, das weiß jeder, das ist so, so bin ich, das ist einfach so. Okay, ich meine, ich habe eh freie Arbeitszeit. Aber, ja, jetzt ist alles so anders irgendwie dieses Jahr so, ach, ich weiß auch nicht, die Leute sind, also entweder bin ich komisch oder sind die Leute komisch. Ich meine, es liegt bestimmt an beide, um Gottes Wille, je nachdem, wer wahrscheinlich gerade seit 5 Minuten hat oder ach, vielleicht die Frequenze spürt oder whatever. Ich weiß es nicht auf jeden Fall, aber so fühlt es sich irgendwie auch so furchtbar. Es ist das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben hatte, bin ich ganz ehrlich, so extrem schlimm. Also klar, bis jetzt zum Beispiel du, wo meine Oma gestorben ist oder sowas oder mein Vater, das war hart für mich, aber jetzt ist das so innerlich ekelhaft. Das ist so komisch so, ich kann es gar, also man kann es nicht beschreiben. Ja, so eine innere Unruhe, ne? Ja, genau, ich bin von jetzt auf gleich stinkig, in 10 Minuten bin ich dann wieder gut gelaunt, dann könnte ich wieder heulen und dann lache ich wieder 10 Stunden so gefühlt. Ja, dann bin ich wieder 20 Stunden aber schlecht gelaunt. Also, so ekelhaft dieses Jahr, ehrlich. Wenn ich jetzt zu Corona oder so vergleiche, da waren wir ja gezwungen irgendwie so irgendwo ein bisschen, aber du warst nicht ganz so schlimm. Jetzt muss ich mal was trinken hier, ich habe Eistee, Peach. Ja, doch, das stimmt. Habe ich mir heute mal gegönnt. Sogar mit Zucker. Yeah. Nee, aber voll komisch, oder so? Ja, also ich empfinde es auch so seltsam, das Jahr. Also so, auch Gefühlstechnik, so impulsiv, das stimmt schon. Ja, aber auch so, ja, aber auch so Gefühlstechnik, so lost manchmal, so, wißt du, so, wo ich mir denke, wo kommt denn das jetzt her? Hä, wieso? So, warum bin ich jetzt wieder so? Voll komisch, wißt du, weil zum Beispiel, es gibt ja auch Eigenschaften an sich, die man schon abgelegt hat oder so. Wie zum Beispiel bei mir. Ich habe mich eigentlich auf der Erbe gar nicht mehr so, ja, ne, muss ich jetzt nicht zusagen, wenn ich dann mit der Jenny telefoniere oder so, dann sage ich da schon, also, ach, letztes Jahr, weißt du, was heute passiert ist? Dann reche ich mich auch noch eine Viertelstunde auf oder von mir aus, dass es halt eine Halbstunde sei, alles gut. Dann rechen wir uns nochmal zusammen drüber auf, dann reden wir nochmal kurz drüber und dann lachen wir eigentlich. Mittlerweile ist es so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll, weißt du, so, also, ich weiß auch nicht. Und so komische Dinge, dass, wie gesagt, letztes Jahr habe ich gedacht, steil mir den Buckelnhof, ne, leck mich am Arsch. Ja, alles egal, sinnmäßig. Ja, genau, ich habe mir das ja wirklich immer vorgebetet, ich schwöre es euch, ich habe da wirklich teilweise gehockt, steil mir den Buckelnhof. Also, so geflüstert in meinem Körper drin, ne. Und mittlerweile, ich kriege das gar nicht mehr hin, ich muss aufpassen, dass ich nicht wie die Bombe explodiere, aber einfach aus dem Nix, ich muss nicht, ich kann es euch gar nicht sagen, manchmal machen die Leute noch nicht immer was, sondern ich denke mir einfach nur dann so, manchmal denke ich mir, oh, so dumm kann man doch nicht sein, ja. Das habe ich mir dieses Jahr echt schon ganz oft gedacht und dann, weiß ich nicht, ja, so impulsiv halt, wie die Jenny sagt. Nur schon was gegoogelt, gell? Ja, ich bin gerade am Gucke, wegen nächstes Jahr, also nächstes Jahr ist auf jeden Fall das Jahr der Schlange, der Holzschlange. Mein Opa ist zum Beispiel Schlange. Aber ich finde jetzt hier gerade meine Seite, glaube ich nicht, wo ich das immer gucke. Ich glaube, ich war ein Holzaffe oder so. Auf jeden Fall Affe. Ja, Affe auf jeden Fall, aber das Element bin ich mir, oder war ich Wasseraffe? Nee, ich glaube, ich war Holzaffe. Ich kenne aber noch. Ich kenne aber noch mehr, was ich bin. Also Schwein, ja, aber... Wie ist denn, Jessie, Wasserschwein, gell? Ich glaube, ja. Das ist mehr Begriff Wasserschwein, glaube ich. Also auf jeden Fall, die Schlange steht für Weisheit und Schönheit. Im Zeichen von Schlangen Geborenes sind Forscher und Denker. Sie sind verständnisvoll, sehr wachsam, aber auch misstrauisch und neigen zur Eifersucht. Aber das ist ja jetzt nicht fürs Jahr, oder? Nee, das ist jetzt einfach nur die Schlange. Für Person, ja. Auf jeden Fall am 29.1. ist chinesisch neu. Im Januar, das ist mal. Mhm. Letztendlich war es aber auch im Januar, oder? Ja. Wird in einer Atmosphäre der Liebe und der universellen Harmonie stattfinden das nächste Jahr? Also da bin ich aber mal gespannt. Harmonie? Da die Schlange im Osten als Symbol der Weisheit gilt, werden alle Probleme friedlich gelöst. Oh. Die Wirkung des Holzelements verstärkt positive Tendenzen. Die Menschen sind besinnlich, vergeistigt und wohlwollend. Farbe Grün verbunden mit Wachstum, dem Beginn eines neuen Lebens. Das Jahr 25 ist neun, ein Symbol für Reife und Beständigkeit. Was von der grünen Holzschlange zu erwarten? Neue Entdeckungen, interessante Bekanntschaften, Stärkung der Familienbeziehungen. Im Grunde handelt es sich um Ereignisse mit einem Pluszeichen und kleineren Störungen werden schnell vergessen. Also die Schlange verträgt keine Aufregung, keine Aggression, beobachtet lieber als zu handeln. Aber das setzt wieder auf die Person, oder? Also auch das Jahr. Das Jahr wird so geprägt sein. Ach so. Aber durch das Holz werden die dominanten Eigenschaften der Schlange gestärkt. Mhm. Die grüne Holzschlange ist unverwundbar. Hier ist ein Muckspann. Ja, also das sagt so die Schlange allgemein aus. Für die Umwelt ist es von großer Bedeutung. Alles soll perfekt sein. Daher soll man 2025 an einem vertrauten Ort im Kreis von Verwandten und alten Freunden feiern. Mhm. Okay, das interessiert mich eigentlich alles nicht. Ich wollte wissen, wie das Jahr für uns wird. Aber ich dachte, das habe ich jetzt vorgelesen. Nee, das war für die Schlange schon mal. Allgemein. Also allgemein, wie das Jahr wird. Aber halt jetzt nicht speziell auf uns gesehen. Ach so. Ach so, ja okay. Ich habe aber gedacht, dass du jetzt nochmal für uns raussuchst. Ich dachte, du guckst jetzt nur allgemein. Eigentlich nur. Ja, aber ich bin froh, wenn das Jahr vorbei ist, ehrlich. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, okay. Ich bin nervlich, psychisch, nervlich, total am Ende. Das glaube ich. Ich brauche auch mal wieder so ein... Also hier steht jetzt allgemein... Ein Hoch. Ein Hoch, genau. Ein Hoch brauche ich mal wieder. Also für die Schweine wird es ein Mix aus Positiven und Negativen. 20, 25. Oh. Okay. Das wollte man jetzt eigentlich nicht hören, sowas, oder? Nein. Nee, nee, du. Jo, aber ganz ehrlich, dieses Jahr sollte für uns super wäre. Und ich sehe jetzt irgendwie... Vielleicht sehen wir es nur nicht. Stimmt, nee, wir haben ja, gell, auf der anderen Seite. Vielleicht ist das auch so, ja, wo uns die Auge öffnet. Kann auch sein. Wenn ich jetzt mal an so Mais-Sachen nur denke oder so. Also zumindest können wir 20, 25 einen starken Fortschritt in der Karriere erwarten, Jessie. Oh. Sieht Jessie auch Schwein, oder was? Ja. Mhm. Ach so, jo, weil es ja nur jo geht. Stimmt. Und nicht nur monatlich. Ich war ja so, hä? Wie können die beide Schwein sein? 83er. 83er. Das sind aber auch beide Stier. Wir sind jo beide im Mai-Geburtstag. 14 Tage auseinander. Jaja. Aber das Lustige ist jo, du hast mir jo letztens do was geschickt von wegen mit deiner 13, aber ich hab das schon mal gelesen irgendwo. Da hab ich noch gedacht, jo, das wird doch keiner durchbringen. Also ich mein, bei mir wär's egal, für mich würd's... Mit dem 13. Sternzeichen, gell? Aber zum Beispiel, ich glaub... Äh, die Jessie, hast du gesagt, ändert sich, dann die Steinböcke ändern sich, die verschieben sich nämlich, weil ein Teil vom Steinbock ist dann dieses neue Sternzeichen. Mhm. Ich bin kein Steinbock. Nee, ich kenn aber Steinböcke. Warte, mo, ich guck gleich. Äh, ja, aber urschön... Also Affe, Shalimar, für dich wird es ein erfolgreiches Jahr. Aber sie müssen ruhig bleiben. Ja, toll. Das ist... Guck mal, ich schwör's euch. Und sich nicht auf Neues einlassen. An konservativen Ansichten festhalten und weniger Konflikte haben. Aber es wird mehr als genug Möglichkeit zur Selbstverwirklichung geben. Sie können alle Pläne verwirklichen. Das müssen wir nochmal besprechen. Unabhängig von welchem Lebensbereich. Beginn des Jahres wird's ein hohes Tempo geben. Ja, aber was hast du nochmal als erstes gesagt? Als erstes hast du gesagt, nix Neues beginnen oder so. Ähm... Im neuen Jahr dann. Hier steht... Alles beim Alte losse. Für den Affen ist 2025 in jeder Hinsicht ein erfolgreiches Jahr. Aber sie müssen ruhig bleiben, sich nicht auf Neues einlassen, an konservativen Ansichten festhalten und weniger Konflikte haben. Ja, okay, gut. Ich hab ja auch schon überlegt, ob ich die Arbeit wechsle. Dann sollte ich das vielleicht lieber lassen. Insbesondere beim Glücksspiel besteht ein sehr hohes Risiko. Um sich in eine finanzielle Ruin zu treiben. Also keine Glücksspiele, Schalimmer. Aber das machst du eh nicht. Also von daher. Gut, man weiß ja nicht, ob du Glücksspiel... Weißt du, so... Ob du Glücksspiel immer als Glücksspiel gedacht hast, sondern vielleicht Glücksspiel ist halt auch so zweideutig. Weißt du, so... Das stimmt auch. Man weiß es ja nicht. Aber du steht finanzieller Ruin. Das wollen wir nicht. Kann man auch zweideutig sehen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel Glücksspiel auf eine Partnerschaft bezogen ist und ich jetzt hier mit einem Dido hier und her zedere zum Beispiel, dann geht er. Und dann ist es finanziell, ist natürlich für jeden von uns dann, weil wir teilen ja zum Beispiel als Paar alles, dann ist ja für jeden jetzt kein Ruin. Ich schalte immer das Ei gefroren. Ja, irgendwie ist das Ei gefroren. Jeder hat ja dann sein Päckchen zum Beispiel zu tragen. Hört ihr mich? Jetzt wieder. Du warst... Ah, okay. Ah, okay, sorry. Ja, ich habe euch die ganze Zeit gehört. Ihr wart bei mir, eure Frau. Aber ich sehe gerade, bei mir stand, ihre Internetverbindung ist instabil. Hört ihr mich jetzt? Ja. Ah, okay. Nee, also dann wisst ihr, wie es ist, wenn man zum Beispiel, ist ja egal bei wem, muss jetzt nicht auf mich bezogen sein, aber allgemein. Ja. Wenn du dann auf einmal allein durch dich, ist ja für jeden hart. Das stimmt. Ja. Gerade mal hier was gucken. Ja gut, interessant. Dann haben wir doch schon mal... Das war... Also das muss man das Jahr 25 erst mal beweisen. Ob das erfolgreich in jedem Sinne ist. Aber obwohl, ich sage mal so, wenn ich jetzt noch mal kurz so Revue passiere, klar, so innerlich mit mir selber oder so war es dann schon extrem oder die Gefühle haben mich halt schon so mitgenommen und alles. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, äh, beruflich gesehen zum Beispiel war ich total erfolgreich. Und das hat auch mal... Das stimmt. Das hat die Schroddi, wo die für uns so dieses Horoskop vorgelesen hat, das hat die auch gesagt. Beruflich und nicht umziehe, du bleibst, wo du bist. So Sachen waren bei mir, glaube ich, drin. Und noch eher zwei Sachen, aber da bin ich mir jetzt nämlich sicher. Aber das waren so die hauptgute Gründe, wo ich noch gesagt habe, weil es Chantiate 24 wird mein Jahr. Also bis jetzt auch nicht so ganz, aber beruflich gesehen ist echt nicht schlecht. Also habe ich echt ein hohes Standing erreicht. Das stimmt. Ja, um Gottes Wille. Also das Jahr war ja in dem Sinne auch nicht schlecht. Ich finde nur, es war so... Innerlich urruhig, gell? Ja, so Achterbahnfahrt irgendwie. Oh ja, so fühle ich mich auch. Ich habe da jetzt immer Schweißausbrüche da noch zusätzlich, weil ich mich dann halt so aufrehe. Ehrlich? Ja, total. Wenn ich so abdrehe, wenn, zum Beispiel, wenn ich so als mit dir telefoniere und so dann rumheule und so, du schwitze ich wie noch was, dann nur friere ich dann wieder. Rui. Und dann schwitze ich jetzt, also ich weiß auch nicht, so total. Geil, das ist aber wegen meiner inneren... Weißt du, da habe ich dann Euphorie, dann heule ich, dann bin ich wieder gut gelaunt. Das ist halt voll ausstrengend für den Körper. Das stimmt. Habt ihr jetzt beide gleichzeitig gesagt? Echt? Ne, ich habe gar nichts gesagt. Gell? Ah, okay, gut, ja. Also bei dir, Jenny, wenn du redest, das ist manchmal komisch. Das ist wie so ein Roboter manchmal. Okay. Also jetzt nicht abgehackt, sondern du hast wie so doppelt die Stimme. Und deswegen, manchmal geht auch das Urschlierbild an, wenn du redest. Das ist ein bisschen komisch. Ja, du weißt aber, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur in meinen Ohren, aber wenn ihr den Podcast abhört, mal gucken. Bin ich gespannt. Ich versuche immer noch zu gucken, wegen dem chinesischen Horoskop. Für 2025? Mhm. Gibt es das schon? Bestimmt. Also so ein Forecast, ne? Das kann sich dann halt nochmal ändern. Mhm. Es bleibt spannend, ihr leid. Spannendement. Ich bin schon total gespannt, Herr. Aber echt. Also ich bin wirklich gespannt. Ich gucke noch immer, wann bist du geboren? Wer? Du. 92? 92, ja, Affe. Das stimmt. Und woher weißt du mir das Element nochmal? Vom Jahr. Ach so. Also dein, weil es gibt, alle zwölf Jahre wiederholt sich das Sternzeiche und es hat aber halt zum Teil ein anderes Element. Hm. Ich meine, ich war Holz. Holzaffe. Aber ich bin mir nämlich sicher. Also bei uns steht hier, wir werden ein paar Challenges haben. Aber wir sollen cool bleiben und sollen Konflikte mit quasi erhobenem Haupt meistern und Harmonie in Partnerschaft haben. Wir sollen uns auf Lösungen fokussieren. Wir sollen uns auf Lösungen fokussieren und immer vorausschauend sein. Und dann segeln wir erfolgreich und positiv durchs Jahr. Okay. Also das ist jetzt halt erst mal so ein kleiner Forecast. Ich denke, das genaue Horoskop wird bestimmt noch kommen. Für die Affe ist es ein stabiles Jahr. Wie gesagt, ich glaube es erst, wenn es so ist, ja. Ach so, die Jenny ist auf ihrer englische Seite übersetzt im Kopf, ne? Ja. Oh, Entschuldigung. Also Affe, Schalima. Trotz ihrer manchmal unzuverlässigen und arroganten Ausstrahlung werden ihre Anpassungsfähigkeit und ihr Ehrgeiz durchscheinen. Ihre Klugheit und Weisheit werden ihre Superkräfte sein und ihnen helfen, die Herausforderungen im Beruf und im Leben wie ein Chef zu meistern. Machen sie sich bereit, finanziell erfolgreich zu sein, neue Kontakte zu knüpfen und mit der Unterstützung? Ja. Ah, jetzt seid ihr wieder du. Ich habe nichts mitgekriegt, ne? Nur ein stabiles Jahr. Also, trotz ihrer manchmal unzuverlässigen und arroganten Ausstrahlung werden ihre Anpassungsfähigkeit und ihr Ehrgeiz durchscheinen. Ihre Klugheit und Weisheit werden ihre Superkräfte sein und ihnen helfen, die Herausforderungen im Beruf und im Leben wie ein Chef zu meistern. Machen sie sich bereit, finanziell erfolgreich zu sein, neue Kontakte zu knüpfen und mit der Unterstützung ihrer Gönner große Durchprüche zu erzielen. Wow, 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 wow. Mhm. Also, Jessnan. Chat-Set. Uh, 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 uh. Hör auf, das Chat-Set ist schon wieder vorbei. Erinnere mich schnell ans Chat-Set. Aber das klingt, Mo, mega gut. Ja. Also, für uns Schweine noch, Mo, wir werden auf zwischenmenschliche Herausforderungen stoßen, aber wir halten einen kühlen Kopf und gehen mit Konflikten mit Anmut um, um harmonische Beziehungen aufrecht zu erhalten. Bleiben sie besonnen, kontrenzieren sie sich auf Lösungen und sie werden das Jahr mit Erfolg und Positivität meistern. Juhu. Das ist auch gut. Ja. Schacke. Sind wir mal gespannt. Ja. Ja, ich sag mal so, wir haben ja auch noch ein Vierteljahr, ne? Ja. Also, wir haben noch das letzte Viertel und laut dem chinesischen Horoskop für dieses Jahr ist es ja sowieso so, dass es ja bis zum 29. Januar geht, also haben wir quasi noch vier Monate vorm Jahr. Oh, noch schlimmer. Und es hieß ja, dass zum Ende des Jahres alles gut wird und sich alles fügt. Genau. Aber mit der Astrologin da, wo die Yvonne das zu mir gesagt hat, jetzt noch mal zweieinhalb Monate turbulent, habe ich gesagt, es langt jetzt nur turbulent. Also zweieinhalb Monate, Oktober, November oder November, Dezember? September, Oktober, November. September, Oktober, November. Ja, ich glaube bis so 19. November oder so ist es noch. Also, diese Astrologin sagt, dass Dinge aus der Vergangenheit, mit denen wir noch nicht komplett abgeschlossen haben, die uns beschäftigen, noch mal hochleben. Also vielleicht auch negative Gefühle, vielleicht auch positive Gefühle. Also einfach so Dinge, die uns belasten, wo wir Angst davor haben und so. Das kommt jetzt alles noch mal. Oh je. Es lebt alles noch mal hoch und dann geht's aber. Alles von der Vergangenheit oder rette man nur von dem Jahr? Nee, nee, alles von der Vergangenheit. Alles, ja. Ja. Interessant, ne? Mhm. Ja, das stimmt. Interessant. Aber ich finde schon, dass die Leute auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist auch, aber ich habe so den Eindruck, dass voll viele jetzt so ein bisschen auf diesen spirituellen Weg gehen. Also, sogar solche Coaches, also ich erlebe immer mehr Coaches, die in ihren Coachings diesen Part Spiritualität manifestieren, Affirmationen dabei haben. Mhm, nee. Also total seltsam. Also total seltsam. Müsst ihr mal drauf achten vielleicht. Ja. Also zum Beispiel, ich habe hier die Tobias Beck Akademie, das Statter Practitioner und da ist zum Beispiel auch drei Teile, wo jetzt nicht er macht, sondern das machen, ich glaube, ich weiß es nicht, irgendjemand, der darauf spezialisiert ist, wo du halt so ein bisschen diese Spirituelle mit drin hast. Und bei denen, wo ich quasi auch so ein paar andere Kurse habe und die sagen jetzt auch die ganze Zeit spirituell manifestieren und, 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 also interessant. Hm. Ja. Also, wir werden es erleben. Ja. Ja, ich bin echt gespannt, was das Jahr bringt, das Neue. Also ich meine, wenn ihr so das Gefühl habt, dass so energetisch gesehen, ich halte immer gerade bei dir, wenn du so impulsiv bist oder du so viel Streit hast oder so, dann hilft es vielleicht nur mit weißem Salbei durch die Wohnung zu gehen. Und die Wohnung halt energetisch zu reinigen. Aber wirklich, okay, der Ham ist das ja nur, wo die Ernst sagt, ja. Aber ich stelle mir vor, ich komme da mit dem Weihrauch oder mit dem weißem Salbei. Anna auf der Air wird nicht. Ich muss jetzt erst mal die Energie reinigen. Nee, nee, also das ist für zu Hause. Obwohl, die Däten mich das schon machen lassen, aber die werden, die Däten dann froh, ob ich noch alle Latte am Zaun habe. Wissen Sie sagen, okay. Das ist ja auch für den Ham gedacht. Ja, ja. Aber dort, die ich das einmal gebrauche. Klappt was nur. Mhm. Oder allgemein, da hat man den meisten Konflikt, finde ich. Ja, du hast den meisten. Was heißt Konflikt? Aber da gibt es oft auch Reibereien, ne? Ist ja logisch. Der eine denkt so, der andere so. Du sind so viele Charaktere aufeinander. Du möchtest öfters alles mal ausräuchern, du. Das ist mir so, wo die Putzfrau ist da. Wenn die Snacks schon mal putzen, sollen sie noch ein bisschen räuchern nebenbei. Also was kann man so als Fazit abschließend für das... Also das Jahr ist noch nicht fertig. Also so Zwischenbilanz würde ich sagen, es ist generell nicht Negatives passiert, würde ich sagen. Es ist viel Positives auch passiert. Es war ein gutes Jahr, so allgemein gesehen, finde ich. Aber es waren halt immer diese Impulse drin. Und ich finde, gefühlstechnisch, so psychisch gesehen, ach, war das so Achterbahnfahrt. Achterbahnfahrt, so empfinde ich es. Ja, ich auch. Die, too. Ja, für mich war es totale Achterbahnfahrt. Wie gesagt, ich kann auch nicht mehr. Also wenn jetzt noch drei Achterbahnen kommen oder so, dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann stehe ich eher ab. Ich weiß es auch nicht. Also Quatsch jetzt, aber vom Innerlichen drehe ich dann, glaube ich, echt langsam durch. Also ich muss jetzt gucken, dass das Jahr so schnellstmöglich rumgeht. Das stimmt. Ich finde es echt, echt krass. Also ich bin auch, ich bin auch mal gespannt, wie es sich dann auch fühlt im neuen Jahr. Früher hat man immer gesagt, jo, ne, rutschen wir ins Neue so. Also habe ich mir dann nicht wieder eingemacht. Aber ich bin mal gespannt jetzt noch dem, was dramatische, jo, nennen wir es einfach dramatisch. Ja. Was dann so kommt und wie es sich, ja, ich meine, die Bücher sind geschrieben von jedem. Also ich werde eh kommen, wie es kommt, alles. Aber wisst ihr, was ich meine? Also gerade so das Gefühlstechnik. Hoffentlich ist das nächstes Jahr nicht so. Ich weiß gar nicht. Ja, es ist halt ein herausforderndes Jahr. Ja, aber ich finde dann eher dieses Thema, was du erzählt hast mit der Frequenz. Das finde ich dann halt relativ interessant. Ja gut, das erinnert sich nicht. Weil ich merke sowas sofort. Also zum Beispiel bei uns im Büro, wenn wir dort hocken, ich weiß nicht, ob andere das merken. Aber zum Beispiel, wenn die Bahn vorbeifährt, habe ich das Gefühl, der ganze Turm wackelt. Okay. Ohne die Straße, also ohne die Bahn, ne? Ich weiß nicht, ob die anderen das auch merken. Aber irgendwie, es fühlt sich, ich merke das sofort, wenn der Turm schwankt. Das ist ja auch schon hochsensibel, weil ich meine, wir sind im 10. Stock, was soll ich in der Bahn gemerkt eigentlich, ne? Aber ich spüre das. Wenn das Ding, wie wenn der so ein bisschen wackelt, geht. Und es ist immer, je nachdem, wenn die Züge kommen, je nachdem, wie nah die dann dran sind zu dem Turm, merke ich das dann mal mehr, mal weniger. Ja, aber gut, aber je höher, umso mehr merkst du es, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wenn du sagst, wir sind im 10. Stock, ja. Ja. Umso höher gehen die Schwingungen. Oder so, ja gut. Aber ich weiß gar nicht, ob andere das auch merken. Ich müsste mir froh. Weil ich traue mich da nicht. Ich denke da nicht nach, die Leute denken, die alt hot sind. Ja, der sitzt da und spürt irgendwelche Schwingungen von der Straßebahn. Also, nee, nicht Straßebahn, DB. Deutsche Bahn. Genau, ohne Drohne. Ja, genau. Ah, ja. Also, ich bin gespannt. Aber ich muss auch noch, als kurzes Fazit muss ich noch sagen, ich merke es nicht nur vereinzelt so. Es ist bei allen Leuten so. Ja. Egal, wo ich gehe und stehe, denke ich mir so, oh. Also, das Jahr war viel mit Unruhe zu tun gehabt und viel mit Krach und Diskussionen und Impulsivität. Ja, das stimmt. Aber alle Leute, ach, die eigentlich geruhiges Gemüten sind auch so durchbedierermäßig unterwegs gewesen, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt gerade an die Arbeit denke oder so, wo dann Leute eher ruhig sind, mit denen, wo ich zu tun habe, die sind dann eher ruhig, die flippen auch dauernd aus. Also, alle, wenn du es vielleicht im ersten Moment nicht so merkst oder so, aber ach, stressig, launig. Ja. Merk das, ja. Wie gesagt, auch Leute, wo ich es nicht denke, diese Bissure, ah, das ist cool. Wir können ja zum Jahresende oder Jahresanfang nochmal so ein Fazit ziehen. Ja. Im Dezember? Ja. Ja. Was das Fazit Leur noch, ja. Was das Fazit Leur noch gebraucht hat. Ja, was das Fazit Leur noch gebraucht hat. Ja. Das stimmt, das ist interessant. Resümee. Ja. Resümee über das letzte Fazit Leur. Resümee. Du musst dich immer an, wie hieß das? Beaujolais oder ne, wie? Beaujolais. Resümee Beaujolais. Ja, ja. Ja, es steht so, es war wieder schön mit euch. Ja. Und wir sehen uns nächste Woche. Selbe Zeit. Ja. Jawohl. Vielleicht wenn ich ja impulsiv gestresst. New Story. Ja. Same time new story. Dann macht es gut. Gut. Bis daheim. Bis daheim. Musik 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 Musik